Für mich ist Berlin keine Stadt, sondern ein Rhythmus. Jeder Mensch, den du triffst, ändert deinen Beat. Das bin ich, Sonja. Mathe-Studentin. Eigentlich. Ich wollte meinen Abschluss und einen Freund. Und das weit weg von meinen Eltern. Du bist doch nicht so lange hier, oder? Das ist Berlin, Mann. Die geilste, dreckigste Stadt der Welt. Genau so hatte ich es mir vorgestellt. Genau so. Und nie wieder anders. Was war denn da gerade los? Mann, das Geld für all die Drogen, die der andere von mir gekriegt hat. Denkst du, der Scheiß wächst auf Bäumen? Ich kenne da einen. Der kann so jemanden wie dich gut gebrauchen. Wenn Tomasch mir einen Job besorgte, war es kein 9 to 5. Vor der Kamera nannte ich mich Masha. Wie weit ich gehen konnte, wusste ich noch nicht. Ich möchte einfach nur Massagen und Handentspannungen geben. Na, drei will jemand füllen. Er übernimmt das. Ich hatte nicht darüber nachgedacht, wie schnell das alles auffliegen konnte. In zwei Welten leben, das ist nicht einfach. Und Lügen haben kurze Beine. Man kann sich nur lieben, wenn man sich kennt. Es gibt sicher schöne Zeiten. Aber diese ist die unsere. Aber diese ist die unsere. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020